der bear force war klub aus der q ran, na dann unten arsenal oh kapkan weg da musst du verjunkern ey easy win das verstoppung oder was haupt du hast spaß ja und, ich bin ein fröhlicher igel ich habe festgestellt dass er runden die wir einfach lockerer sehen mit spaß und so, es läuft einfach besser ich gehe mal um die luken die pfanne aber warum rennt der smoke zu diesen scheiß dingern hin, oh ne der verstärkt die container draussen, alter so direkt überrauswörter abstimmen nicht der ist so dumm was? und wem wurde ich entdeckt und der cup kann da auch noch hin oder was? dann rennt er wieder zurück dann rennt er hin um zu gucken ob zu ist oder was? alter mit was für lötlampen muss man hier spielen das ist doch nicht zu fassen wenn es wie es mal lötlampen wären, dann könnten wir wie es wird dann würden sie wie es leuchten, ne? was ist so lächerlich drückt melden er muss genau wo ich bin ist heiter da weit ist es ich glaube dahinten kommt er was hat denn der jetzt aufgeschossen? die Tür die Treppe hinten die Treppe hinten bei der Drohne er ist durchgerannt in den anderen Rauben Schaden cool, man muss das von seinem Gerät wegpacken ja, bei so großen Geräten dauert das dann muss man das erstmal runterschlagen den Arno wo? ja wo denn? äh, Richtung garage der Garagentunnel ok Monty und noch einer sind die schon vorne in dem kleinen Raum? naja alter ich habe die ganze Zeit auf die Tür gefeuert er liegt da hinten irgendwo und guard aber noch einen dritten Tag voll wach, vorsichtig ja, ich weiß, ich weiß naja fuck wo kann ich denn zurückgehen? ich habe noch einen Monty alles klar das werden wir schaffen nein, ich muss ja zum Beispiel warum gehen sie nicht zu zweit drauf, ey? oh god deswegen nicht alter, weil sie nix kommen oh god das verlieren wir noch na, vielleicht rennt er an der Kapkan vor da rein da sind sogar zwei Kapkan, da rennt er beide ein ach ich würde dem hier noch ein Headdy geben dem Penner hier, der rumhampelt er soll die Tür zumachen, wieder zum Tunnel hin und den durch die Fallen laufen lassen wenn er jetzt natürlich hier wartet, dann weiß man wieder nicht wie rum er läuft, ne? Fallen kommt ne, er kommt hinten rum links, alter ja, geh noch raus ja, geh noch raus der hätte das einfach über die Tür werfen sollen, weil wenn er dann reinkommt, weißt, kann er von hinten zünden ja hätte er gar nichts machen können oder er hätte anders rumlaufen müssen durch die oh god oh god boah alter, was war'n das? lucky shot alter alter da guck ich doch lieber laut beim Verwesen zu, als irgendwas man schafft das auch noch also eigentlich hätte er es nicht schaffen dürfen aber ist ja schön, dass wir es gewonnen haben aber ich weiß nicht, ob ich mich freuen sollte oder nicht, ey ne, ne? eigentlich hätte es verlieren müssen, ey also wenn ich mir unsere Leistung angucke, dann sollten wir es lieber nicht freuen jetzt war der unverdient gewonnen auf jeden Fall also zu zweit gegen Monty zu verlieren, wo Monty 16 Räume weg ist vom Objective Raum und dann dumm hinrennen und sich messern lassen, also ja obwohl das Messern ist OP das, 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 das ist ja, aber deswegen hält man Abstand, weil man doch weiß, dass das Messern OP ist, da rennt man doch nicht auf ihn drauf, so, ja ja weil du kannst doch locker zu zweit die Türen zu machen, sonst kann Monty gar nichts machen jetzt muss doch nur einer im Raum sein und der andere geht, wo immer Monty ist, von hinten hin quasi also wenn er über den langen Flur kommt, läuft er hinten rum kurz auf den Flur da hast du immer irgendwie seinen Rücken hast du alles, ja ich hab auch die andere Wand aufgesprengt, das heißt du konntest immer schön im Kreis laufen ja und du hast zwei Leute, was will er machen, er kann nicht in 180 Grad absichern, Monty, ja also wenn er in den Raum reingehen will, muss er durch eine Tür und wenn er durch eine Tür muss, muss er am Rücken zukehren im Keller sind sie nicht war auch nicht ne, da ist eine Halle vorne äh, Garage Garage, ja Halle du willst jetzt hier auch einen neuen Namen etablieren, aber das funktioniert anders für uns also sprich, du wolltest sagen, halt du die Fresse, wir haben die Namen nein, das war so nicht gemeint, du musst den Namen die Namen müssen den Raum beschreiben, eindeutig beschreiben und zwar auf eine abstrus übertrieben ausführliche Art aber alles was kommt als Garage, du hast vollkommen also du könntest zum Beispiel sagen, wie ja, aber es ist sogar kürzer als Garage insofern ist es ungeeignet, weil es muss auf jeden Fall mindestens zehnmal so lang sein wie der Original aber es könnte sowas sein wie großer Raum mit Laufweg oben rum oder so ja, zum Auto reparieren hm, hm, das hört sich gut an ja, ne großer Raum mit Laufweg unten rum owa Tür, war auf die aufgemacht? ich hab oben aufgemacht ähm oh, hinten war einer oh, der Sack oh, Scheiße Treppe sehe ich keinen Geldraum sehe ich auch keinen ich geh mal rein in den Kopf hä? Kaid Kaid, Geldraum Prost ah, fuck in dem Alarmraum da ja, genau in dem Raum war er der hat mich am Fenster weg geholt oh, Scheiße zu spät der hat mich vom Fenster weg geholt ich dachte, ihr habt da alles auf und guckt und habt da alles unter Kontrolle ich war ziemlich tot die kommen jetzt gleich da zurück heran pass auf, Frau Räuber ja ist er kommen, ja ciao Kaid war auch da hinten vielleicht kommt der auch noch da rum er ist draußen ja, ich wollt grad sagen, ne ich brauch was da drauf die feige Sau schleicht sich heimlich hinten raus um nach Haus zu fahren, ne das wird nix mehr Autoschusslappig ich geh mal mein Krieger geht schon weg ich bin da weg, ciao wie geil das ist ja cool oh Scheiße, wir sind auch da Halle Halle? das ist immer noch ne Halle, ey ach ja Halle mit Hebebühnen das könnte man sagen hm, der Hebebühnenraum Hebebühnenhalle das ist es Hebebühnenhalle, genau da, Mann Hebebühnenhalle mit Balustrade ist ganz genau zu sagen das ist so geil das ist so geil guck mal die Zuschauer hat Hebebühnenraum was Hebebühnenhalle was Hebebühnenhalle 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 Hebebühnenhalle, ja, Entschuldigung das ist selber noch falsch Entschuldigung, ja gut dann kann natürlich nicht funktionieren Entschuldigung, ja gut, dann kann natürlich nicht funktionieren Hebebühnenhalle Ich mach hier die, machst du hinten die zwei Wände noch? Wie redest du? doch, das ist der Warlord der hat das, okay, schon müssen sie sagen Entschuldigung, ich bin irgendwie davon ausgegangen dass einer von euch auf jeden Fall, äh, Dings hat ne, hat sie direkt vor die Türen gestellt das ist so geil Toll Die Außenwand ist gar nicht verstärkt Warum? Was? Die Außenwand Die Außenwand Hast du schon jemand gesehen? Ja, draußen Ja Im Serverraum oben ist einer Einen hab ich aber den anderen nicht Ach, der Cavera ist ja oben So, warum ist wieder klar soweit erstmal Oh, von wo kam der denn? Von draußen wurde ich erschossen Ah, der hat das Garagentorf gemacht Maverick hat das Garagentorf gemacht Das linke Kleines Loch reingemacht, wenn du musst Volt Mute nicht mal die Corona weg Der ist direkt hier vorne, scheiße Und die Lesien fallen liegen noch da überall Komm oben überm Balkon rein da Sind links die Träger am Best Einer ist gerade in Gelbfung gegangen Fuck Die Les ist jetzt da am Fenster Drei 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 sehr schön schatten darf man nicht nicht abschalten gold wert wenn jetzt einem replay die schatten aus hat dann denkt das gesehen erst mal bis gehört das und das ding aufmacht das fenster so auf 15 prozent 28 prozent wieder nicht du triffst mit acht auch nicht nur der folger mit vier treffe ich auch nicht die hälfte von vier ist ja zwei und wenn dann vier mal zwei rechnen das achten also das ist schon da gibt er voll war einfach ich muss morgen arbeiten komm jetzt haben wir gewonnen dann mal lieber auf ja mit 7 1 muss ich rausgehen was das doch weil es acht ist besser geht es nicht